Bianca! Bianca! Ist alles in Ordnung? Was denkt ihr denn? Schaut euch nur um! Und ihr arme Bianca, wenn hier etwas geschehen ist! Aha! Oh, meine Liebste! Gott sei Dank geht es dir gut. Ezio, das ist Bianca. Bianca? Ezio. Entzückt? Also, ich weiß eure Namen, aber nicht warum ihr hier seid. Es sind Geschäfte mit Silvio Barbarigo. Könnt ihr mir helfen? Ah, es wäre mir eine Ehre. Aber es wird mehr brauchen als nur uns zwei. Äh, drei, um seine Streitmacht zu schwächen. Was meint ihr, was zu tun ist? Ich gehe und bereite meine Leute vor. In der Zwischenzeit befreit ihr die, die bei Silvios Angriff gefangen wurden. Mein Gewissen sagt mir, dass ich sie nicht zurücklassen darf. Verstanden. Ich werde mich darum kümmern. Ja. Viel Glück da draussen, Ezio. Viel Glück da draußen, Ezio. Oh, eine merkwürdige Atterpottbewegung. Oh, eine merkwürdige Atterpottbewegung. Das Signore Carpaccio nicht mehr verfügbar ist. Oh, eine merkwürdige Atterpottbewegung. Oh, eine merkwürdige Atterpottbewegung. Oh, eine merkwürdige Atterpottbewegung. Dass die Reparaturen an vielen Brücken der Stadt andauern. Bitte habt Geduld. Braucht ihr medizinische Hilfe? Oh, eine merkwürdige Atterpottbewegung. Oh, eine merkwürdige Atterpottbewegung. Oh, eine merkwürdige Atterpottbewegung. Oh, eine merkwürdige Atterpottbewegung. Wir sind bei euch, Freund. Geht einfach voran. Anschließend. Worum es auch gehen mag, lasst mich bitte aus dem Spiel. Ich hab genug von dir. Und die Geschendeten. Achso, du kannst mir nicht mehr schmerzen und zu. Wenn du mir nur mehr schmerzen und zu. Wenn du mir nur mehr schmerzen und zu. Wenn du mir nur mehr schmerzen und zu. Oh, oh, oh. der hauptmann sagt wir gehen mit euch gemeinsam werden wir die barbarie goh vernichten ich habe mich besser das ist zu viel er hat was gesehen hat das was mit euch zu tun du bist nur ein stil scheiße ich würde mir dann drängen gerade letzten monat kaufte der burggraf 300 meiner feinsten säbel für seine kammer mit der gesamten mannschaft vor der küste von tessaloniki untergegangen ist die republik sendet den betroffenen familien ihr herzlichstes beileid ja alle reisende die aus der gegend der südlichen martinischen küste kommen ja Ja. Das war's für mich. Jetzt wird Silvio erkennen, was für einen Fehler er gemacht hat. Wie sollen wir vorgehen? Ein direkter Angriff auf das Arsenale? Nein, sie würden uns am Tor massakrieren. Ich habe einen anderen Plan. Nehmt meine Männer und verteilt sie im Bezirk. Der Ärger, den sie machen, wird Silvio zwingen, die meisten seiner Wachen abzustellen. Und wenn das Arsenale etwas leerer ist, kann ich hinein und ihn töten. Es sagt doch. Ihr werdet kaum Gegner haben. Hoffentlich schluckt er den Köder. Oh, keine Sorge. Das wird er. Andiamo. Laju, da ist er! Auf ihn! Ich hab genug von dir. Ich hab' es geschafft, Bastardo! Ich hab' es geschafft, Bastardo! Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Verdammt! Verdammt! Lauf! Willkommen im Land der Schmerzen, Bastardo! Ich bin nicht genug von dir! Verdammt! Verdammt! Willkommen im Land der Schmerzen, Bastardo! So! Ihr könnt mich nicht treffen! Sie mordet, Bruder! Sie mordet, Bastardo! Sie mordet, Bastardo! Sie mordet, Bastardo! Da! Auf ihn! Der Merder entkommt uns! Sie mordet, Bastardo! Lauf! Lauf! Eccolo! Pack den! Qui? Tun wir es! Danato! Du beraubst die Toten, Petsu di Merda! Danato! Du beraubst die Toten, Petsu di Merda! Oh? Was da die Attentie? Die Köpfung der Überflutung der Friedung! Wenn ihr die Dose der Stadt betroht, dann kommt du wenn der Schmerzen! Batscheid! Ich habe euch gestört! Mein Gott! Der Lichter bei mir ist! Eccolo! Da! Da! Hier! Du bist in der Innenmann! Moment mal! Du bist in der Innenmann! Ja, bravo! Ja, 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 ja! Ich habe damit nichts zu tun! Wartet hier auf mein Signal. Wie ihr wünscht. Gut, hier lang. Er muss spät dran sein. Und sie sehr schön. Doch. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Merter! Schnapp sie ihn! Fertig! Das reicht! Jetzt wirst du bezahlen! Das reicht! Jetzt wirst du bezahlen! Der Helder Sederloch mit seiner gesamten Mannschaft auf der Küste von Kaloniken untergegangen ist! Die Republik sendet den betroffenen Familien ihr herzlichstes Beileid! Gewalt regiert das Land. Wo sind Vernunft und Gerechtigkeit? Haltet diese Stellung! Wird erledigt! Bleibt dran! Hey, denkt auch mal an die, die ihr verletzen könntet! Ich bin ein verletzt! Auf Befehl des Dogen sind außer Brieftauben alle Tauben zum Freiwild erklärt worden! Den eifrigsten Jägern unter euch bieten wir bei der Abgabe von 100 Kalabern eine Belohnung von einer Dukate! Schon gut! Bitte tut mir nichts! Ich gehe! Ich gehe schon mit mir! Wisstet, ist heute in einer Woche einmach! Weil vor dem Verland nur dann so... Unaber die Wachen! Ich bin ein, wach! Was nicht mehr so... Ich gehe nicht mehr so... Wie geht's eben nicht mehr um, was nicht mehr so... Auch die Abbrief! Ich gehe nicht mehr so! Ich hab gelernt, dass ich mich hier erkennt. Ich hab gelernt, dass ich mich hier erinnern. Ich hab gelernt, dass ich mich hier erinnern. Jetzt löst du. Jetzt löst du. Jetzt löst du. es wird zeitlich von deinem und ist oder schafft gewesen sein Stoß! Hat er den Verstand verloren? Ich habe traditionelle mittel und die weißen Haha, ihr seht schon stärker aus Hier, hier werdet ihr warten Gebt ein Zeichen, wenn wir zuschlagen sollen Oh wirklich, es ist falsch, es sich hier vorbeizugehen Ohne sich meine wahren Anzeige